Der Herbst steht vor der Tür und damit beginnt die Zeit der Gartenarbeit, um das grüne Paradies winterfest zu machen. Wer jetzt clever handelt, kann im Frühjahr mit einem gepflegten, gesunden Garten starten. Doch welche Schritte sind wirklich wichtig? In diesem Ratgeber gibt es die sieben besten Tricks, um den Garten optimal auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Und das ganz ohne Stress. Der Herbst bringt jede Menge Laub mit sich. Doch statt es mühsam zu entsorgen, kann man es geschickt im Garten verwenden. Eine Laubschicht schützt den Boden vor Frost und verhindert, dass wertvolle Nährstoffe verloren gehen. Vor allem empfindliche Pflanzen profitieren von dieser natürlichen Isolierung. Einfach um die Pflanzen herum verteilen oder den Kompost damit bereichern. Und der Garten ist perfekt auf die kälteren Tage vorbereitet. Achte darauf, kein krankes Laub, wie zum Beispiel von Rosen oder Obstbäumen zu verwenden, da sie Schädlinge sonst im Boden verbreiten können. Auch der Rasen braucht vor dem Winter besondere Pflege. Ein letztes Mähen auf etwa 5 cm Länge sorgt dafür, dass er gut in den Winter startet. Zu lange Grashalme könnten unter Schnee faulen und kahle Stellen hinterlassen. Zudem ist es wichtig, den Rasen noch einmal zu düngen. Am besten mit einem kaliumreichen Herbstdünger, der die Widerstandskraft des Rasens stärkt. Um den Boden zu belüften und Moosbildung zu verhindern, kann der Rasen vorsichtig mit einem Vertikutierer bearbeitet werden. Achte darauf, den Rasen nicht zu tief zu schneiden, da er sonst anfälliger für Frostschäden ist. Stauden sind das Rückgrat vieler Gärten. Damit sie auch im nächsten Jahr wieder kräftig austreiben, sollten sie im Herbst zurückgeschnitten werden. Kranke oder abgestorbene Teile müssen entfernt werden, damit sie im Winter keine Krankheiten übertragen. Einige Stauden können jedoch auch als Winterschmuck stehen bleiben. Sie bieten zudem einen wichtigen Lebensraum für Nützlinge. Schneide die Stauden etwa eine Handbreit über dem Boden ab und entferne das Schnittgut sofort. Frostempfindliche Gehölze wie Rosen oder exotische Pflanzen wie Oleander benötigen im Herbst besonderen Schutz. Hier helfen einfache Maßnahmen wie das Anhäufeln von Erde oder Mulch um die Pflanzenbasis, um die Wurzeln zu schützen. Für kleinere Pflanzen oder Kübelpflanzen eignet sich auch ein Vlies, das um den Stamm gewickelt wird, um sie vor Frost zu bewahren. Kübelpflanzen sollten möglichst an einen frostfreien, aber kühlen Ort gebracht werden. Keller oder Gartenhäuser sind hierfür ideal. Damit der Garten im nächsten Frühjahr in voller Blüte steht, müssen jetzt Blumenzwiebeln gesetzt werden. Tulpen, Narzissen, Krokusse und Hyazinthen gehören zu den beliebtesten Frühblühern. Wichtig ist, die Zwiebeln tief genug in die Erde zu setzen, damit sie nicht durch Frost oder hungrige Tiere beschädigt werden. Die Faustregel lautet, die Pflanztiefe sollte etwa zweimal so tief sein wie die Zwiebel selbst. Wähle Standorte, die im Frühjahr viel Sonne bekommen, damit die Zwiebeln optimal gedeihen können. Der Herbst ist die perfekte Zeit, um einen Kompost anzulegen oder vorhandenen Kompost umzusetzen. Gartenabfälle wie Laub, Rasen und Schnittreste lassen sich ideal kompostieren und bieten im nächsten Frühjahr wertvollen Dünger. Ein gut angelegter Komposthaufen sorgt dafür, dass im Garten ein natürlicher Kreislauf entsteht, was nicht nur nachhaltig ist, sondern auch die Bodenqualität verbessert. Achte darauf, den Kompost regelmäßig zu wenden, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Dies verhindert Fäulnis und sorgt für eine schnellere Zersetzung. Nach der intensiven Gartensaison sollten auch die Werkzeuge auf ihre Winterpause vorbereitet werden. Spaten, Scheren und Rasenmäher profitieren von einer gründlichen Reinigung und Pflege. Rostige Stellen sollten abgeschliffen und bewegliche Teile geölt werden, damit sie im nächsten Frühjahr wieder einsatzbereit sind. Elektrische Geräte wie der Rasenmäher sollten gegebenenfalls in die Werkstatt gebracht werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren. Bewahre die Werkzeuge an einem trockenen Ort auf, um Rostbildung im Winter zu vermeiden. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Gehölze du im Oktober schneiden solltest, dann schau dir noch dieses Video an.